Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren glicktastischen Partyscapers 2. Weiter geht's im Alien-Gefängnis. Aha. Die meinen doch damit die Spieler, weil... Das macht die KI nicht. Also nicht bei meinem Pult. Das machen halt die Wärter, ja. Die Helflinge, die gehen um meine Zelle rein. Und von anderen Pulten werden wir auch nötig, dass die das stehlen. Aber vielleicht meinen die damit die Spieler. Ach ja. Ich wollte dafür sorgen, dass die Sterne runtergehen im letzten Part, weil ich ja einiges vergeigt hatte. Aber Palace? Nee, Alter. Halt vier. Ist sowieso vier... Okay, zwei Sterne, aber... Ich guck vielleicht trotzdem, dass Alarmierung ist. Wobei, die kriegt man easy runter, die zwei Sterne. Ja. Das kann alles hier rein, ausnahmsweise. Das kann mitgenommen werden. Brauche ich nicht... Brauche ich nur einen Ki oder brauche ich einen? Ich habe einen. Ich habe 80 Prozent. Das ist meine Gedanken. Nee, gar kein Interesse. Ich halte hier lieber auf die Fresse. Heim sich, oder? Oh shit. Hunde. Ich will trotzdem erkunden gehen, weil ich war beim Appell. Ich will wissen, was hier abgeht. Wo ich raus kann. Wie das geht. So. Nein. Er verbraucht den Schlüssel, nur weil er da zur Tür geht, ey. Ja, wie kacke, ey. Kann sich eigentlich entscheiden. Du ist zwar halt. Oh, scheiße. Geht weg. Was ist hier? Er ist hier. 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 Okay. Und hier komme ich zurück. Ja. Ich bin hier. Oh man, Arbeitszeit. Löten. Löt, 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 löt. 20% Schlüsse kann man noch irgendeinem verschenken. Im Mithäftling. Ja, super, ja. Das geht mir ja grad richtig auf die Nerven. Ich würde ihn ja normalerweise kurzschlagen, aber keine Zeit. Löt, löt, löt. Ich schlag den einfach aus Prinzip. Ich schlag den einfach aus Prinzip. So, kaputt so. Wenn ich locker mein Klo entweder nicht reparieren, falls kaputt ist. Oder halt, ähm... Ding, ähm... Wie heißt? Oder halt das, ähm... Der in meiner Zelle schillt. Und beides ist nicht erlaubt. Ich hab doch ganz gut mit dem Löten. Na ja, kacke. Ja. Ich hab vergessen. Ich hab' vergessen. Und ich bin auf der Arbeitszeit, du Arschloch. Weil du deinen Job nicht richtig machen kannst. Ich traf' dir mal Arschloch. Wenn wir auch mal irgendwann mal kümmern. Ja, super. Es sind nur diese Huren-Zelle schulden. Ich weiß nicht, wenn wir leben wollen. Bring ihn um, bring ihn um. Bring ihn um. Bring ihn alle um. Los, Blick. Hau ihn. Und den hier. Ja, genau, Alter. Genau, Alter. Es kommen einfach immer mehr wie von Zombies, ey. Schlimmer wie die Zombies. Wo ist mein Energy? Gibt kein Energy? Ist nicht gut. Ja, genau. Ich darf auch noch festparken, ey. Wie, das fühlt' nicht mehr voll. Achso, es war Energie. Das finde ich. Achso. Achso. Ja, genau. Da kommt noch ein Huren-Zone, Alter. Es hat ja nicht genug Arschlöcher an der Waffe. Ja, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, genau. Er hebt das Medikit nicht auf. Er hebt das einfach nicht auf. Was für ein dummer heiß. Er hebt das jetzt auf. Wurzel. Was für ein Pseud. Was für ein Pseud. Wollt sterben? Ihr werdet sterben. Wenn ich könnte. Ein Glick könnte wird Glick euch alle töten. Daß euch alle Glick machen. Glick. Glick-Zone einfach. Oh, er hat nur noch einen Schlüssel. Ich hab keine Klebeband dabei. und naja, jetzt wäre eh was er verfolgt wäre, sicher eine gute Idee das ist wohl der Möbel hier mit einem roten Key einfach zu spots man kennt ihn er kommt doch für mich meine beste Entscheidung hätte ich ja von der Schranke aufgezeichnet worden bin aber das reicht das noch nicht ja komm das nochmals krankenhaus darfst du hier noch ein Dings können da könnt ihr laufen ihr Wegs so 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 wieso ist das von 20 auf 10% runter legen wir hier ab das irgendwie der da einfach nackt rumläuft sollte sich mal schämen geh doch weg du perverse alter echt der läuft hier nackt rum so 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 ja nimm das mit alter was auf einmal los eh das macht der gar nix das ist einfach gar nicht mehr geworden die Scheiße yes ich bin einfach King ihr Wichser niemand hält mich auf aber vielleicht haben sie noch Energieschuh nein ja nein nein ok scheint man nicht einfach mal hier ich hab was für dich das mal ausnahmsweise sogar keiner in die Fresse bei der Daumen bei der Daumen die auch noch ach shit fast ja das würdest du gerne ne weil ich duschen gehe das muss mich da belästig sein wir kennen euch doch ihr perversen vergessen klick das nicht wollen ach jetzt hab ich doch mal vorher komm ich denn zu der Ere boah auf zu blocken Arschlo ja du deinen Kollegen so noch wer der Stress will hier er will noch auf die Fresse kriegen da hab ich nicht den ich tue bekommen ich mein wir wissen ja auch gar nicht wie lange Glick hier ist untersucht und belästigt wird so naja so ja auf jeden Fall genau das meine ich meine Zelle ist immer noch verstaubt ich würde einen Job mal richtig man aber der andere kriegt auch noch die Fresse da 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 war noch einer mit Perman ich weiß nicht mehr ob er das war ich meine das wäre er gewesen nicht ich hab kein Risiko an ich mach sie alle fertig wo wo ist der ist der da du hast du was ach ich hab ein paar jeden K.O. an dir das Zellockt da hab ich schon K.O. ja das hält euch im Zaun jetzt halt geflas du hast nen Mob was ist hier unten hm vielleicht hier unten rausgeroben oder so hm so ähm das erstmal aufklären das erstmal aufklären was willst du was willst du noch nicht noch brauchst ne oh warte mal klebeband 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 ich hab keine klebeband nein das ist ein Mist ich bräuchte klebeband dringend auch das dann guck ich dass ich mir ohne Schlüssel noch mache boah der geht hoffentlich anders hin yes geil ich hab's da da mal ich kann ja nur aufwerten ja stimmt los sie gehen raus an ein bisschen kommentoren hm so achso dann machen wir später mit schnauze schnauze und verpiss dich willkommen zu nahe ich mach dich kalb ich geh auch drauf da schnauze 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 ich bin spät dafür aber ich kann es trotzdem noch schaffen moden key ich brauch ja wieder da hier ein bisschen umzusehen ich komm nicht mehr ganz drauf wie das Singleplayer war wenn ich ihn überhaupt gemacht habe vielleicht habe ich auch nur den Multiplayer gemacht wie auch immer ich das angestellt hatte es gibt kein klebewand mehr vielleicht verkauft vielleicht verkauft er irgendein klebewand vielleicht muss warten bis ein neuer Tag ist aber egal soll man noch mit besseren Dings sehr lock dafür gibt es auch die Fresse ich lass mal scheiß hin beim Metalljunge dafür gibt es auch die Fresse vielleicht das tut den Job aber trotzdem hau ich euch beide weg ich und den anderen Kollegen da wir gehen nicht zur Durchzeit ich muss ja nicht zur Durchzeit hier zur Durchzeit bei ganz verkehrt so wobei es brauchen wir ja nicht nochmal genau das ist egal ja das müssen wir nicht verstehen jo so wenn wir uns den nächsten Glick-Tastetyp laden es geht